Es ist soweit, ihr habt euer iPhone X. Jetzt geht es an die Erstkonfiguration und Einstellung. Das machen wir mit euch gemeinsam. Bis gleich! Willkommen in der Technik-Video-Welt. Ich bin Alper und heute schauen wir uns das iPhone X an und machen gemeinsam eine Erstkonfiguration bzw. Ersteinrichtung. Wenn wir das iPhone X mit dem seitlichen Button länger gedrückt lassen, dann taucht als erstes der Begrüßungsbildschirm auf. Hier werden wir mit einem Hallo in verschiedenen Sprachen begrüßt. Das, was direkt auffällt, ist ja, dass wir keinen Homebutton haben. Früher heißt es ja, um zu starten, drücken Sie den Homebutton. Dieses Mal heißt es eben anders. Man soll nicht den Homebutton drücken, sondern zum Öffnen nach oben streichen. Das machen wir einmal und kommen hier auch schon an den ersten Punkt. Hier heißt es, no SIM card installed, insert a valid SIM with no pinlock to activate iPhone. Das bedeutet, wir haben aktuell keine SIM-Karte installiert. Um das iPhone zu aktivieren, brauchen wir eine SIM-Karte. Ich werde jetzt einfach mal meine SIM-Karte holen. Die habe ich nämlich auch schon vorbereitet und zwar in dem Tray. Ich lege sie einmal ein und schiebe sie dann hier an der Seite in das iPhone X hinein. Nun ist die SIM-Karte installiert und ich kann weitermachen. Ich wähle nun erstmal die Sprache. Ich habe hier die Möglichkeit, zwischen ganz vielen verschiedenen Sprachen auszuwählen. Wähle hier natürlich Deutsch und als Land oder Region wähle ich hier ebenfalls Deutsch. Ich habe aber trotzdem natürlich weitere Möglichkeiten, andere Länder und Regionen auszuwählen. Nun wird einmal die Sprache eingestellt und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Wir können einmal den Schnellstart machen. Wenn du ein iPhone oder iPad mit iOS 11 hast, bewege es in die Nähe, um dich automatisch anzumelden. Du kannst dieses iPhone auch manuell konfigurieren. Wir werden nun einen Schnellstart machen. Das bedeutet, ich nehme jetzt einmal hier das iPhone X und werde direkt daneben das iPhone 8 legen, welches ich schon vorher in meinen Videos konfiguriert hatte. Ich habe nun die Möglichkeit, hier verwende deine Apple-ID-Technik-Videowelt at iCloud.com, um dein neues iPhone zu konfigurieren. Ich kann also hier auf dem alten iPhone, faktisch meinem alten iPhone, einfach die Daten einmal übertragen lassen, ohne dass ich manuell noch irgendwas machen müsste. Dieser Schnellstart funktioniert also sehr, sehr schnell, wenn ihr ein vorheriges iPhone habt. Wir werden das jetzt einmal gemeinsam machen. Ich werde jetzt also hier einmal auf Weiter drücken und dann verbindet er sich zunächst einmal. Nun sagt er auf anderes iPhone warten, positioniere dieses Bild im Rahmen deines anderen iPhone. Ich kann also nun, wie bei der Apple Watch auch, direkt hier das Bild einmal anschauen, direkt einscannen und dann heißt es auch schon, behalte dieses iPhone während der Übertragung von Daten in der Nähe deines neuen iPhone. Nun steht hier auf der linken Seite. Dein Account ist mit dem Code deines anderen iPhone geschützt, dein Code ist verschlüsselt und kann von Apple nicht gelesen werden. Nach dem Eingaben dieses Codes wird er auch als Code für dieses iPhone verwendet. Ich gebe hier einmal den Code ein, das ist bei mir viermal die Null und dann wird das iPhone auch schon konfiguriert. Das Aktivieren deines iPhone kann einige Minuten dauern. Wir warten dementsprechend etwas. Wie ihr seht, ist das andere immer noch hier auf der Seite. Auf dem neuen iPhone abschließen, behalte dieses iPhone während der Übertragung in der Nähe. Hier steht jetzt, dein iPhone konnte nicht aktiviert werden. Dieses Problem taucht in der Vergangenheit schon häufiger auf. Versuche das iPhone über iTunes zu aktivieren oder probiere es in einigen Minuten erneut. Wir machen das jetzt nochmal erneut in das Mobilfunknetz und schauen, ob es dann funktioniert. Wenn das nicht funktionieren sollte, kann man es auch über das Mobilfunknetz ausprobieren. Wir warten kurz. Wie ihr seht, hat das Ganze nun geklappt. Weswegen? Nun, weil natürlich die Daten vom WLAN mittlerweile auch schon auf dem iPhone X angekommen sind. Das sehen wir hier oben an den drei Strichen, die einem zeigen, dass wir mit dem WLAN verbunden sind. Nun können wir einmal die Face ID machen. Das iPhone kann die eindeutigen dreidimensionalen Merkmale deines Gesichts erkennen, um das Gerät automatisch zu entsperren und Käufe im iTunes und App Store zu tätigen. Diese Face ID ersetzt faktisch den vorherigen Button, den wir hier drücken mussten, um uns einmal einzuloggen. Das heißt, dieses Mal ist also die Face ID dafür da, um das iPhone zu entsperren oder auch um Käufe zu aktivieren. Wir klicken einmal auf Fortfahren und hier steht, positioniere dein Gesicht zunächst im Kamerarahmen. Bewege dein Gesicht dann im Kreis, so dass es von allen Blickwinkeln zu sehen ist. Ich werde das jetzt einmal machen und sage, los geht's. Was habe ich jetzt in dieser Zeit gemacht? Ich habe zweimal meinen Kopf im Kreis gedreht, während ich hier in die Kamera reinschauen musste. Währenddessen hat er mein Gesicht abgetastet und ich hoffe, er hat mich auch dementsprechend erkannt. Face ID ist jetzt konfiguriert und ich kann jetzt auf Weiter klicken. Nun heißt es, die Apple ID konfigurieren. Ich kann mir vorstellen, dass ich wahrscheinlich gleich nochmal nach meinem Passwort gefragt werde. Aber das werden wir gleich nochmal sehen. Für Technik Video Welt wurde zuletzt am 5. November 1949 ein Backup erstellt. Möchtest du jetzt ein Backup erstellen, damit dein neues iPhone mit den aktuellen Apps, Daten und Einstellungen wiederhergestellt werden kann? Ich kann einfach sagen, aus 5. November Backup wiederherstellen. So, ich gebe hier, ich akzeptiere einmal die Nutzungsbedingungen, sage hier akzeptieren. Auf meinem alten iPhone 8 steht jetzt auch schon auf dem neuen iPhone abschließen. Das heißt, das ist prinzipiell erledigt. Ich kann das jetzt einfach weglegen. Ich lasse es aber einfach mal der Einfachheit halber mal dort stehen. Einstellungen aus deinem Backup. Du kannst die folgenden Einstellungen von Technik Video Welt übertragen oder individuell anpassen. Ich kann Siri erlauben, meine Spracheingaben zu verarbeiten. Karten den Zugriff erlauben. Da klicke ich einmal auf Fortfahren. iPhone Analyse mit Apple Teilen. Bin ich damit einverstanden? App Analyse mit Entwicklern teilen. Finde ich auch einverstanden. Das iPhone passt sich automatisch an die Umgebungsbeleuchtung an, sodass Farben in verschiedenen Umgebungen einheitlich erscheinen. Das finde ich auch super. Klicke ich einmal auf Fortfahren. Und nun geht es um ein Software-Update. Weswegen wird man hier direkt am Anfang von einem Software-Update über ein Software-Update informiert? Das liegt daran, dass natürlich die iPhone 10-Geräte schon seit einiger Zeit fertig waren und in der Zwischenzeit natürlich Updates erschienen sind. Von daher wird einem direkt hier geraten, einmal das Update zu installieren. Ich klicke also einmal auf OK, gebe einmal den Code meines iPhone an und dann wird das Ganze auch schon geladen und auch installiert. Zum Abschließen der iOS 11.1 Konfiguration nach oben streichen. Das machen wir jetzt einmal. Ich muss nun einmal den Code eingeben. Das mache ich auch. und muss zum Wiederherstellen des Backups mein Apple-ID-Passwort eingeben. Das mache ich jetzt. Das Passwort habe ich nun eingegeben und die iCloud-Einstellungen werden aktualisiert. Nun wird das Handy aus iCloud wiederhergestellt. Nun wird das iPhone 10 erneut neu gestartet. Und es heißt zum Aktualisieren nach oben streichen. Das machen wir einmal. Müssen einmal erneut unseren Code eingeben. Und dann wird das Ganze wiederhergestellt. Wir sehen also wieder das Apple-Icon und wieder den Fortschrittsbalken. Das Ganze ist doch etwas aufwendiger, als man vielleicht zunächst denken mag. Aber die Zeitersparnis lohnt sich auf jeden Fall. Denn man muss die ganzen Apps nicht mehr aktualisieren, die Passwörter nicht übertragen und andere Sachen auch nicht mehr machen. So, wieder werden wir mit dem Hallo-Bildschirm begrüßt. Wir streichen einmal nach oben. Die Face-ID muss mich erst einmal erkennen. Beziehungsweise er fragt nach meinem Code. Den gebe ich einmal ein. Wiederherstellen beendet. Dein iPhone wurde wiederhergestellt. Führe noch ein paar Schritte aus. Dann bist du bereit. Wir gehen einmal auf Weiter. Dann wird das Einrichten der Apple-ID angezeigt. Das kann einige Minuten dauern. Normalerweise sollte es relativ schnell gehen. Zum Homescreen. Streiche von der unteren Kante nach oben, um zum Home-Bildschirm zurückzukehren. Zwischen den Apps wechseln, streiche von der unteren Kante nach oben und halte an, um den App-Umschalter anzuzeigen. Streiche zum Öffnen des Kontrollzentrums von der rechten oberen Bildschirmkante nach unten. Drücke fest auf ein Steuerelement, um weitere Optionen anzuzeigen. Und nun heißt es, willkommen beim iPhone. Zum Starten nach oben streichen. Wie wir sehen, sieht das Ganze auch schon fast genauso aus wie auf meinem alten iPhone. Alt ist ja ein bisschen relativ. Das ist ja das iPhone 8. Wir gehen einmal auf OK und sehen dann auch schon, dass alles ganz normal funktioniert. Es sind noch einige zusätzliche Apps installiert worden. Aber ansonsten sieht das Ganze schon so aus, wie es aussehen soll. Ja, das war es dann auch schon mit dem Schnelleinstieg. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen nach oben. Und abonniert kostenlos den Kanal. Wenn ihr jemanden kennt, für den das Video interessant sein könnte, teilt das Video. Schreibt uns eure Fragen und Anregungen in die Kommentare hier bei YouTube. Wir lesen und beantworten alles. Bis zum nächsten Mal. Einen schönen Tag noch und auf Wiedersehen hier in der Technik-Video-Welt. Einen schönen Tag noch und auf Wiedersehen.